Hallo Menschen und herzlich willkommen, euer Senseless Survivor wieder hier mit einem schon etwas in die Tage, nicht Jahre gekommenen Video. Es ist vom 4.3.2021. Es war ein Run auf dem Testsurfer, den ich mit Pascal absolviert hatte. Wir hatten eine Weile nicht gespielt, beziehungsweise ich hatte eine Weile schon nicht gespielt. Es war glaube ich das Update, wo die neue Munition ins Spiel gekommen ist. Und ja, wen haben wir da getroffen? Ja, besser gesagt, wer hat uns getroffen? Kein geringerer als Herr Sigismund. Ich hatte ja schon einmal angenommen, dass Fabian mich erschossen hatte, aber so war es leider nicht. Es war ja, der Typ hieß das Tor des Monats und nicht der Tor des Monats, was ja eigentlich viel witziger ist. Und dieses Mal haben wir wirklich, dieses Mal hat er uns wirklich das Fell über die Ohren gezogen. Wie es passieren konnte, seht es euch an, habt viel Spaß dabei, lasst mir gerne ein Abo oder ein Like, da würde ich mich riesig freuen. Und ja, bis dahin, euer Senzels, tschüssi. Er kann es wirklich nicht mitgekriegt haben. Ne, der lügt mir auch viel. Achso. Also was halt... Lügt auch. Ja, der sagt zum Beispiel, das ist mir schon öfter aufgefallen, das nervt mich auch immer. Das hat er bei seinem einen Kumpel gemacht, der wegen mir weg ist, sagt er ja immer. Da sagt er, legt er mich ein, ja komm mit spielen, wer ist das denn? Ist das der Nico oder ist das der eine wieder, den ich nicht mag? Nein, das ist ein anderer und so. Und da war es immer der. Achso. Ich wusste dann wieder, dass der das ist. Und nein, das ist der nicht, das ist ein ganz anderer. Und obwohl ich immer gesagt habe, ich will mit dem spielen, hat er es immer wieder gemacht. Und dann hat er jetzt mit dem Lutz genauso. Und da habe ich gesagt, Lutz, ach Carsten, hast du noch Platz frei? Äh, gleich, ich bin jetzt gerade im Game. Da habe ich gerade alles klar, ich warte. Okay. Schreibe ich den halbe Stunde an, was ist los? Ja, der Christian ist jetzt mit dabei. Ja, aber ich habe doch jetzt gewartet, dass ihr mir das so sagen könnt. Ja, was kann ich denn dafür, wenn der Lutz den einlädt, ne? Oder nächstes Mal habe ich mit den beiden gespielt. Da hat der Kass den eingeladen. Hm. So. Das geht mir immer so auf den Sack, dieses. Komisch. Ja. Das soll er mir doch einfach sagen. Ich weiß es selber nicht. Er wird wunderlich auf seinen alten Tag. Ja, vor allem, man wartet. Und dann, nö, ich habe jetzt einen anderen. Und es gibt einen anderen die Schuld, weißt du, dafür noch. Hm. Obwohl er es ja gemacht hat. Ah, danke. Wir rennen in falsche Richtung, sich gerade. Ah, du musst jetzt mit Gefängnissen. Welche Spezialmunition hat es jetzt mit? Oh. Für die Limmat irgendwie durchschlagen. Ah, ja, Drachenfeuer. Ey, die Mausreaktion. Was ist denn das nur mit der Maus und mit dem Spiel, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Red' ich mal. Jetzt geht's. Jetzt hat's gehangen. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Aber ich muss mal wieder kommen. Hat der vielleicht, hat dein Maus, äh, Software vielleicht einen Konflikt? Oder hast du so eine normale ohne Software? Ach, ich hab, hör auf, diese scheiße Reißer hole ich mir nieder, diesen Müll. Da, da kann sie Rechner ist mit irgendeiner Software vollgestopft. Und diesen, wenn du, wenn du in den Taskmanager guckst, was da für Reißerscheiße läuft. Ich will bloß eine Maus, Alter. Die soll... So ein Müll. Jetzt hing es wieder. Das ist, ähm... Weil du weißt ja, ich hatte das gleiche Problem ja mit, äh, der Plastatur. Dass Tarkov, äh, die Software nicht wirklich akzeptiert hat. Dass er damit Probleme hatte. Ach, das ist nur bei Hand hier so ein Problem. Ich hab das bei Tarkov. Ich hab's nur bei Tarkov, also... Komischerweise. Ich verstehe das nicht. Auf allen Dingen, dann geht's wieder. Dann hängt's wieder. Oh, Mann. Kannst du die Software irgendwie deinstallieren? Oh. So, jetzt wollen wir ja. Jetzt zauern wir endlich, damit du mal siehst, wie kack die Waffe ist. So, ja. Oh, Mist. Das war zu früh gespritzt. Ah, nee. Auf jeden Fall müsstest du schießen, damit du mal weißt, wie kack die ist. Läuft doch einer, Alter. Wo ist der denn? Der ist da. Da ist auch was. Oder ist der das wieder? Nee, ist auch einer. Nee, bei mir. Mann, wieso seht ihr ihn? Mein Gott, ich will aber töten. Sind die unten oder oben? Ah, ja, hier unten. Da ist einer. Wir sind beide oben. Wie sind die denn so schnell hochgekommen? Schieß mal. Oh, da ist noch einer. Da sind zwei. Schieß endlich mal, damit du mal klarkommst. Haha, der Blutung. Bist du oben? Nee. Nein, ich bin unten. Da sind drei, glaube ich. Der hat auch eine Strotflinche. Aber... Hast du dich schon geschossen? Nee. Naja, doch. Mach das. Was, hab ich eingetroffen? Alter, leck mich doch. Oh, hinter uns. Oh, da ist ja noch einer. Ja, ja. Oh, der gibt mir Kopfschuss. Kann ich auch mal eine Sache ausmachen? Ey, seh ich den mal. Der Tod ist hier immer. Wer ist das nochmal gewesen? War doch ein YouTuber, ne? Mann. Idiot. Wer? Wer war ein YouTuber? Der Todesmonat. Der Todesmonat? Ja. Das ist doch... Siegesmund. Ja, ne? Hm. War der dich erschossen? Der hat mich angeblich erschossen. Der oder das Todesmonat? Der Todesmonat. Okay, dann ist das Siegesmund. Der, wenn da... Alter, leck mich doch. Aber der hat nur eine... Hat der... Also, ich hab einen... Ich hab einen abgeknallt von dem fetten Schwein. Hat der nur Prestige 11? Nein, ne? Doch, der hat nicht Prestige nicht so viel, irgendwie. Der Todesmonat. Ne, der Todesmonat. Ach. Tor. Aber der Todes... Aber ich weiß nicht, ob da das Desk auch groß geschrieben sein muss. Ne, ist nicht. Ist klein. Ja, da muss ich immer noch mal gucken bei Siegesmund da. Aber es könnte er durchaus gewesen sein. Ja, würde ich schon sagen. Aber ich hab seinen hässlichen Kumpel über den Haufen geschossen. Aber ich so ein Specksack. Der Todesmonat. Also, ich weiß es nicht, ob das Desk klein geschrieben wird bei ihm. Ich mach mal ein Skinshot davon. Ähm, F12 ist das, glaube ich. Naja. Detail jetzt. KD könnte eigentlich rinkommen. Prestige hat er, glaube ich, auch nicht so viel. Aber ob er Plus 11 hat, weiß ich nicht. Kann er dich auch erschossen? Jaja. Ähm. Muss man mal gucken. Du kannst ja das Profil öffnen. Ist der das? Da ist ein Bild von. Aber ob das Siegesmund ist, weiß ich nicht. Wie kann ich das Profil öffnen? Ach hier. Da steht das Profil öffnen. Ja, das ist Siegesmund. Tatsache. Diesmal wirklich erschossen von Siegesmund. Na ja, man. Nicht schlecht, so muss ich sagen. Den habe ich ja nie gesehen. Wo kam der her? Ich frage mich nicht. Die waren überall irgendwie. Ich habe einen auf der Treppe dort erschossen. Dann hat mich einer von hinten erschossen. Von vorne hat einer geschossen. Es flogen überall die Kugeln. Alter, ich frage mich nicht. Warte mal, ich muss mal. Bildungsansicht. Da kam direkt durch den Mauer Vorsprung. Äh, das ist noch in der Mauer hinter mir. Aber da vorne stand einer. Da stand einer. Hier hinten hatte vorhin einer geschossen. Ich weiß nicht, ob die sich so aufgesplittet haben. Oder ob das ein neues Team war, was da gekommen ist. Ja, ich dachte auch, die wären nach oben gegangen. Also, so richtig habe ich es nicht kapiert. Nichtsチ kavieren. ** ! ** Untertitelung des ZDF, 2020